Musik Es ist doch nur eine Maske, es sind doch nur drei Wochen. Es ist doch nur wegen der Krankenhäuser. Es ist doch nur kurz, dann machen alle Läden wieder auf. Es ist doch nur ein Test. Es ist doch nur eine App. Es ist doch nur, dass wir wissen, mit wem Sie Kontakt haben. Es ist doch nur eine vorübergehende Betriebsschließung. Es ist doch nur, um nachzuverfolgen, wo Sie wann waren. Es ist doch nur, bis wir eine Impfung haben. Es sind doch nur ein paar Reiseunterlagen mehr. Es ist doch nur eine digitale Akte mit medizinischen Informationen. Es ist doch nur, bis alle geimpft sind. Es sind doch nur ein paar Nebenwirkungen. Es ist doch nur ein grüner Ausweis. Es ist doch nur ein Armband. Es ist doch nur fürs Reisen. Es ist doch nur für die Arbeit. Es ist doch nur, weil wir uns sonst von Ihnen trennen müssen. Es ist doch nur ein Bluttest. Es ist doch nur ein Check. Es ist doch nur ein Heil. Es ist doch nur das Beste für die Kinder. Es ist doch nur, weil sie bei Ihnen nicht sicher sind. Es ist doch nur, bis Sie zur Einsicht kommen. Es sind doch nur noch ein paar Jahre. Es ist doch nur, weil Sie uns aufgefallen sind. Es ist doch nur für eine Befragung. Es ist doch nur, weil uns Erkenntnisse vorliegen. Es ist doch nur, weil Sie so unkooperativ sind. Es ist doch nur, weil das Gesetz es jetzt so vorschreibt. Es ist doch nur, bis sich die Klappe unter Ihren Füßen öffnet. Es wird schon nicht wehtun.